Bevor es auf diesem Kanal wieder mit größeren Videoprojekten weitergeht, wie zum Beispiel ein Bankenvideo, an dem ich jetzt seit über zwei Wochen sitze, oder neuer Content zu Warren Buffett und Peter Lynch, möchte ich noch einmal euch auf meinen persönlichen Investmentweg mitnehmen. Im letzten Video gab es ja ein Update zu meiner zweitgrößten Position im Aktienportfolio, Meta nach den jüngsten Quartalszahlen und heute ist Hims & Hearst an der Reihe, denn die haben gerade frisch Zahlen präsentiert und es ist meine größte Position und selbstverständlich ist mir das wichtig genug, um euch ein kleines Update zu geben. Kleiner Einschub noch bezüglich größter Position, ja es ist meine größte Position und zwar mit Abstand, mit 60%. Ein kleines, aufstrebendes Telemedizinunternehmen, was noch nicht profitabel ist. Zu der Gewichtung werde ich am Ende des Videos etwas sagen, weil das bei sehr vielen auch auf Kritik gestoßen ist, was ich absolut nachvollziehen kann und ich werde euch da so ein wenig in meine Gedankenwelt mitnehmen. Hims & Hearst ist ein Telemedizinunternehmen, welches auch erst im Jahr 2017 gegründet wurde. Sie sind relativ schnell über einen sogenannten SPAC an die Börse gegangen, was ein beliebter Weg war, den langen Prozess eines traditionellen IPOs abzukürzen. Zu den absoluten Börsenhochzeiten im Jahr 2020, 2021 war das glaube ich, sind relativ viele Unternehmen über einen SPAC an die Börse gekommen. Man könnte auch sagen, der komplette Müll, den man gar nicht an der Börse braucht, wurde darüber an die Börse gespült. Es war ein sehr einfacher Weg, das Ganze abzukürzen und kostengünstig zu machen und dementsprechend war die Qualität der Unternehmen, die über einen SPAC an die Börse gekommen sind, auch nicht sonderlich hoch. Und ich kann jeden bestens verstehen, bei dem jetzt die Alarmglocken angehen. Junges Unternehmen, High Growth, Telemedizinunternehmen, über ein SPAC an die Börse gekommen, das sind alles so Schlagwörter, die man eigentlich nicht hören möchte. Aber das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum eigentlich dieses Top-Unternehmen lange Zeit unter dem Radar geblieben ist. Nach einem großen Hype am Anfang notierte die Hims & Hearst Aktie fast zwei Jahre unter ihrem Ausgabepreis, obwohl es dafür keinen wirklichen Grund gab. Mittlerweile ist das Unvermeidbare passiert und wir sind wieder bei 11 Euro pro Aktie angekommen. Auch wenn es fairerweise risikobehaftet war, konnte ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen und stecke für tiefgrüne Zahlen gerne ein wenig Kritik ein. Weil vielleicht nicht jeder weiß, was das Unternehmen macht, kürzen wir das Ganze ab und springen einmal ganz kurz auf die Website von Hims & Hearst. So, wir sind jetzt hier auf der Website von Hims & Hearst. Das ist der schnellste, beste und einfachste Weg, euch das kurz zu zeigen. Hims ist dafür bekannt geworden, dass man bei ihnen besonders schambehaftete Krankheitsbilder behandeln lassen kann. Und das Ganze aus dem Komfort deiner eigenen vier Wände. Da sind dann zum Beispiel Krankheitsbilder dabei, wie Erectylidus-Funktion, Haarausfall, Anxiety & Depression usw. Das Ganze funktioniert über ihre Website oder auch über ihre neue App, die beide wirklich hervorragend ausschauen. Und das Ganze funktioniert wie folgt. Man klickt zum Beispiel hier auf Haarausfall drauf und beantwortet dann ein paar Fragen. Und dann wird man früher oder später mit einem Arzt verbunden. Und in einem persönlichen Gespräch kann dieser Arzt dir dann sogar verschreibungspflichtige Medikamente verschreiben. Und dann ist man entweder über ihre Website oder eben in der App in einem sogenannten Abo-Modell drin. Sodass man dann monatsweise die Medikamente zugeschickt bekommt und das Ganze funktioniert hervorragend. Ich war zwar nicht selber Kunde, aber sie haben ein absolutes Premium-Image aufgebaut, was auf jeden Fall langfristig entscheidend sein wird, sich von Playern wie Amazon abzugrenzen, die das Ganze wahrscheinlich irgendwann günstiger zur Verfügung stellen. Am Montagabend, den 8. Mai, standen dann mal wieder frische Quartalszahlen an. Mit so einem gut gelaufenen Aktienkurs in den vorausgegangenen Wochen und Monaten war es nicht wie sonst immer ein No-Brainer, aber nachdem die Erwartungen angehoben wurden im letzten Quartal, war ich guter Dinge, dass das eigentlich sehr zurückhaltende Management um Andrew Dudum sich nicht verspekuliert hat. Gleichzeitig lagen die Erwartungen der Analysten aber auch am oberen Ende der Guidance. Kurz erklärt, immer wenn Quartalszahlen anstehen, schauen alle immer auf die Guidance des Unternehmens, welches die Erwartungen des Unternehmens einfach sind an Umsatz, Gewinn und sonstige Zahlen, an die Erwartungen der Analysten, sollte selbsterklärend sein, was die Analysten für Umsatz, Gewinn und andere Zahlen erwarten, und dann natürlich auf die Zahlen, die tatsächlich präsentiert werden. Schon kleine Differenzen können an dem Tag, wo die Zahlen veröffentlicht werden, da große Kursschwankungen auslösen. Man muss sagen, für jemanden, der langfristig anlegt, ist das Ganze nicht so entscheidend, aber es kann dann schon mal sein, dass eine Aktie 15, 15% steigt oder fällt an einem Tag. Damit ihr die neuen Zahlen auch einsortieren könnt, hier nochmal die alten Zahlen. Im letzten Quartal haben sie 167 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht, merken diese Zahl, erwartet fürs neue Quartal wurden 179 Millionen, was ein Anstieg year over year, also zum Q1 vom letzten Jahr, von ungefähr 77% wären. Am Gewinn bleibt noch nichts übrig, aber das ist ganz normal, wenn man in ein Unternehmen in diesem Stadium investiert. Sie sprechen im Earnings Call zwar ganz viel über Profitabilität und Adjusted EBITDA, aber diese adjustierten EBITDA-Zahlen gehen hier rein und da wieder raus. Bei den adjustierten Zahlen wird, zumindest bei Hims & Hours und auch bei den meisten anderen Unternehmen, die sogenannte Stock-Based Compensation wieder rausgerechnet. Das ist zumindest der größte Account bei diesen adjustierten Zahlen, der rausgerechnet wird. Stock-Based Compensation ist die Aktienvergütung für Mitarbeiter, welche heutzutage ganz normal eigentlich zum Gehalt dazu zählen. Deswegen, das rauszurechnen ist nicht so ganz fair. Das ist dann wie, wenn ein Bundesligateam, was im Mittelfeld steht, am Ende der Saison sagt, ja, hätten wir die ersten 15 Spiele gewonnen, wären wir jetzt in der Champions League. So funktioniert das aber nicht. Wir kommen jetzt zu den frischen Zahlen, aber nur um das schon mal vorwegzunehmen. Bei einem Unternehmen mit 80% Bruttomarge, mit 90% wiederkehrenden Gewinn und 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 mache ich mir relativ wenig Sorgen, besonders in der Pharmaindustrie, dass die mal ordentlich Gewinne abwerfen können, aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Also was gab es für Neuigkeiten? Wie gesagt, erwartet wurde ein Umsatz von 179 Millionen US-Dollar. Der tatsächliche Umsatz war 190,8 Millionen US-Dollar, also ein Anstieg von 88% Year-over-Year. Der erwartete Gewinn lag bei minus 6 Cent die Aktie, also bei einem Verlust von 6 Cent die Aktie. Tatsächlich hat man nur 5 Cent auf der Aktie verloren. Und der ursprüngliche Ausblick für 2023 war, dass man 735 bis 755 Millionen US-Dollar in Umsatz machen wollte. Den haben sie angehoben, auf 810 bis 830 Millionen US-Dollar. Auf die Zahlen hat die Aktie dann merkwürdig reagiert, nachbörslich ein bisschen verrückt gespielt, wie es nachbörslich eben immer so ist. Erst plus 15%, dann minus 15%, ist dann bei plus minus 0 geblieben. Eröffnet hat die Aktie dann heute mit glaube ich minus 8% oder so. Da stehen wir auch nach wie vor noch, was für mich nur schwer nachvollziehbar ist. Es kann vielleicht sein, dass so ein bisschen die Luft raus war. In den letzten 12 Monaten ist die Aktie um 210% angestiegen. Vielleicht hätte man noch spektakulärere Ergebnisse erwartet, auch wenn das schon ziemlich gut war, was sie da mal wieder präsentiert haben. Ganz alleine war ich nicht mit meiner Einschätzung. Tatsächlich hat der Analyst von Bank of America auch sein Price Target für Hims and Hears erhöht. Jetzt auf 15 Dollar. Ich gehe davon aus, dass einige weitere Analysten nächste Woche ihre Kursziele anheben werden. Und natürlich ist die Aktie auch in meinem Depot gut gelaufen. Und da war das bereits eine relativ große Position, ich glaube bei 40% ungefähr. Die hat sich jetzt in den letzten Wochen auf eine 60% Position erhöht. Nicht weil ich nachgekauft habe, sondern weil die Aktie einfach gut gelaufen ist. Ich kann nachvollziehen, dass das bei vielen aufstößt, wenn sie so eine Gewichtung sehen, bei einem Titel, der natürlich ein Stück weit Risiko behaftet ist. Und ich werde am Ende des Videos dann nochmal drauf eingehen und euch versuchen, so ein wenig in meine Gedankenwelt mitzunehmen, damit das für einige vielleicht verständlicher ist. Ich bin aber genauso jemand, der sagt, hey, nicht immer nur auf einen Aktienkurs schauen, nicht immer nur auf die neuesten Earnings schauen und was erwartet wird und pipapo. Schau doch mal auf die Fundamentals und wie sich das Geschäft wirklich entwickelt. Und das wollen wir nochmal ganz kurz. Nach wie vor sind über 90% des Umsatzes wiederkehrende Subscription Revenues aus diesen Abo-Modellen. Auf der linken Seite sehen wir die Subscriberzahlen. Die sind Year-over-Year um 87% angestiegen. Jetzt auf 1,2 Millionen Subscriber, die im Schnitt jährlich einen Umsatz von 55 Dollar machen. Das ist die lila Linie oben rechts. Und eine weitere Sache können wir hier noch sehen. Nicht ihr kompletter Umsatz ist aus diesen wiederkehrenden Subscription Revenues, wie ich es gesagt habe, sondern nur über 50%. Ein kleiner Teil, und das ist der lila Teil im rechten Diagramm, kommt nämlich aus dem Wholesale-Geschäft. Sie haben ihre Shampoos und andere Produkte auch bei Walmart und Target in den Regalen stehen. Und da machen sie auch ein bisschen Geld mit, aber das ist nicht viel. Also man sieht hier, das waren im letzten Quartal 7 Millionen. Sie sind quasi bei einer schwarzen Neue angekommen und sind jetzt self-sustaining. Also sie verbrennen kein Geld mehr. Und das, obwohl sie noch 184 Millionen US-Dollar Cash auf der Hand haben. Mit quasi keinen Schulden. Und das ist gut, denn dadurch können sie weiter investieren. In Marketing, ohne große Angst haben zu müssen. Und sie investieren weiterhin in Marketing, solange die Customer Payback Period bei unter 12 Monaten liegt. Das heißt, sie wollen nur so viel Geld für einen Kunden ausgeben, dass sich dieser Kunde innerhalb des nächsten Jahres selber rentiert hat. Selber rentiert ist schlechtes Deutsch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und bevor wir zum letzten Aspekt kommen, lasst mich vielleicht noch zwei Worte zum Thema Borgrämen verlieren. Viele schreiben immer, tolles Unternehmen, gute Zahlen, aber geht nicht. Wo sind die Borgrämen? Auf der einen Seite muss man natürlich sagen, dass die Borgrämen noch nicht vergleichbar sind mit Unternehmen wie Apple, mit Google und anderen Unternehmen. Und dann ist es natürlich total fair, wenn man sagt, das kommt für mich nicht in Frage. Ich habe meine eigenen Investmentprinzipien und damit ist das für mich vom Tisch. Ich würde dazu zwei Sachen sagen. Einmal kann man von einem Unternehmen, was in so einem großen, hoch umkämpften Markt sich befindet und erst sechs Jahre alt ist, nicht erwarten, dass es schon krasse Borgrämen hat, sodass man davon ausgehen kann, dass es in 10 bis 15 Jahren Marktführer in dem Gebiet sein wird. Auf der anderen Seite, es ist ja immer so ein bisschen die Frage, ob man Marke, Brand zu Borgrämen dazu zählt, würde ich schon sagen, dass Simpson-Hurst sich eine extrem starke Marke aufgebaut hat, die langfristig entscheidend sein wird, wenn man dann irgendwann mit anderen Playern, die deutlich finanzstärker sind, wie beispielsweise Amazon, konkurriert. Amazon kann sich vieles kaufen. Sie können ein tolles Produkt bauen. Sie können ein günstigeres Produkt bauen. Aber eine Sache können sie nicht machen und zwar sich eine Marke aufkaufen. Sie können natürlich Hims & Hurst irgendwann aufkaufen, aber die Marke von Amazon loszulösen und Vertrauen zu schaffen, ist nicht so ganz einfach. Und das ist eine Sache, die Hims & Hurst perfektioniert hat. Ich glaube, das einfachste Beispiel, warum man Brand auf jeden Fall zu Borgrämen dazu zählen sollte, ist Coca-Cola. Es gibt genug Blindverkostung, wo Leute sagen, dass Pepsi und andere Cola-Getränke deutlich besser schmecken. Also, bin ich verrückt geworden bei der Positionsgröße? Das ist die Frage, die ich mir selber auch immer mal wieder stelle. Erst einmal möchte ich das generelle Mystikum um das Thema Diversifikation anschneiden, auch wenn ein gesamtes Video darüber nochmal notwendig sein wird. Es ist sehr schwer, das zu vermitteln, weil es eben überhaupt nicht intuitiv ist. Aber, wir sehen es in der Grafik, ab 20 Aktien ungefähr, bekommt man mit einer höheren Anzahl an Positionen in seinem Depot so gut wie keine weitere Sicherheit. Und das krasse ist, und es ist wirklich nicht intuitiv und sehr schwer, das in seinen eigenen Kopf reinzubekommen, aber mit 6 bis 7 Aktien hat man tatsächlich schon einen Großteil der Diversifikationsvorteile erreicht. Gegeben natürlich, man gewichtet alles gleich, alle Positionen, was bei mir natürlich nicht der Fall ist. Wir belassen es dabei erstmal und kommen darauf in einem anderen Video nochmal zurück. Jetzt aber zu meiner Positionsgröße, Himson Harris bei 60%. Ja, ich frage mich häufig selber, ob ich verrückt geworden bin, komme dann aber immer wieder zu der Entscheidung, wenn ich mich in die Zahlen und in das Unternehmen stürze, dass es schon vertretbar ist. Erst einmal, ich habe das Unternehmen bis, glaube ich, zu einer Gewichtung von 40% selber nachgekauft und würde viel weit drüber auch nicht gehen. Das Unternehmen ist durch Kursanstiege jetzt zu einer 60% Position angewachsen und diese Kursanstiege werde ich nicht begrenzen. Ja, ich werde meinen Zinseszinseffekt nicht stoppen und Steuern zahlen und mein Portfolio neu gewichten. Das ist statistisch gesehen das Schlechteste, was man machen kann. Und da erinnere ich mich auch immer wieder dran. Jetzt hat man natürlich das Problem und ich versuche es so verständlich wie möglich zu erklären und ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Wenn man zwei Unternehmen hat mit einem sehr ähnlichen Chancen-Risiko-Verhältnis, dann würde man natürlich das Unternehmen nehmen, wo Chancen und Risiken näher beieinander liegen. Also man vielleicht eine geringere Chance hat, ein geringeres Potenzial, aber auch weniger Risiken. Das heißt, man hat eine bessere Erwartbarkeit, also eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich richtig liegt. Hims & Hurst hat ein sehr großes Potenzial, aber auch ein relativ großes Risiko. Man ist da sehr weit auseinander. Und da ist dann die Frage, wie hoch man so ein Unternehmen gewichtet. In dem Buch The Dan Du Investor von Monish Pabrai, extrem tolles Buch, wird genau das aufgefasst. Wie man mit solchen Investmentgelegenheiten umgeht, das müssen gar nicht nur Aktien sein. Das kann auch sein, wenn man ein privaten Hotel übernehmen möchte oder selber gründet. Da wird genau erklärt, wie man mit solchen Dingen umgehen sollte. Das Ganze ist auch etwas komplizierter und sprengt mit Sicherheit den Rahmen dieses Videos. Aber wenn man absolut volatilitätsresistent ist und kein Problem damit hat, wenn das gesamte Portfolio mal 10 oder 15 Prozent über Nacht im Minus ist, dann liegt die Grenze deutlich, deutlich höher als die allermeisten denken. Ich werde das Unternehmen Hims & Hurst weiterhin verfolgen, als wäre es mein Lieblingsfußballverein. Und Quartal für Quartal schauen, ob alles im grünen Bereich ist und sich die Dinge so entwickeln, wie sie sich entwickeln sollten. Es steht auf jeden Fall Profitabilität auf dem Programm. Und da müssen Sie langsam zeigen, dass Sie Leverage haben und sich die Margen deutlich verbessern, auch die nicht-adjusted Margen. Und dann bin ich aber guter Dinge, dass wir in Zukunft noch eine Menge Spaß damit haben werden. Das sind ein paar Gedanken. Es kommen ein paar ganz geile Videos auf euch zu. Ich freue mich auf die nächste Zeit. Wir sehen uns. Hang on.